So und hier sind wir wieder bei Assassin's Creed. Also Hallihallo und ein herzlich Willkommen. Ah, komm, da hinten. Wir müssen hier hinten hinkommen, irgendwie da hingelangen. Ich glaube, das ist halt die Festung, die da hinten ist. Und das Problem an der Sache ist einfach folgendes. Wow, dass ich hier nicht ins Wasser landen darf, weil unser alter Ehr nämlich nicht schwimmen kann. Wie ihr gerade seht, diese doofen Leute. Echt mal. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Hm? Nutzen wir allerdings nie die Möglichkeit, fällt mir mal so auf. Oh, gut, okay. Helle. So. Da wir uns dadurch ja überhaupt gar nicht verdächtig machen. Oha. Jaaaa. Hm. Scheitert jetzt nicht echt an diesem verfickten Wasser, ey. Was zum Teufel macht der da? Nix. Lass mich in Ruhe. Ich mach nix. Oh. Ich mach nix, 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 nix. So, jetzt hier aber. Konzentration, Mann. Ich mach nix. Ich mach nix. Jojojo. 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 Jajajaja. Jajaja. Jaja. Jajaja. So. also die richtung ist ja schon mal gerade richtig hier na da müssen wir rauf die hat hier nichts zu suchen so was soll er denn hier sein Glück, Glück. Niemand. Ah, verdammt. So ein bisschen... Boah, darüber! Ich werde doch hier nicht meine Taten rechtfertigen müssen. Na. Die Richtung stimmt aber. Ah, die Zamasch! Ah, die Zamasch! ja war hat gesagt in der Mordler Alter, ja. Boah, so viele. Ah, das ist gut. Ja. Wer hat's doch eilig zu Sternen? Na, komm. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Boah. Du. Wie jetzt Ziel ist und komm. Ähm, der ist weggelaufen? Oh. What the fuck? Der ist weggelaufen. Dann darf ich mich gar nicht in die Wache hier kommen. Oh, Mann. Hätten wir uns aber auch denken können, ich meine. Hier dürfte ich hier sein. Geht. Du, du, du. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich nicht. Häh, von wo kommt der Schrei? Ist er da hinten? Hm? Oh, klar, dass wir ihn von da nicht ins Tage kommen. Ist er da drinne in der Menge? Nee. Da müssen wir schon da hin. Oh, Mann. Hey, 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 hey. Ich will mich selbst um diesen Heidentümer! Der muss aber hier unten drinnen sein, oder? Der da! Ja! Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß? Was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Sehblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr, von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. Ja. So, und dann schauen wir mal auf die Zeit. So, wenn mich meine Uhr nicht drückt, dann hätten wir noch knapp 4 Minuten. Ich würde sagen, euch interessiert bestimmt nicht der Rückweg. Also, wie ihr mich kennt, werde ich mich auch höchstwahrscheinlich erstmal verlaufen. Also würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns bei dem nächsten Teil des Let's Plays. Ja, auf bald, ne? Bye! Tschöner 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 Vielen Dank.